Ein richtig schöner Morgen zum Wandern. Nur in welche Richtung? Na, wo soll's denn hingehen, ihr zwei kleinen Tierschen? Auf Tauchstation in die Südsee. Schiffe, 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 Schatz, Bratze. Sehr schön. Der nächste bitte. Nesseln, Essen, Esseln. Oh je, das tut weh. Tierisch gute Geschichten in Janoschs Traumstunde. Morgen um drei nach neun im Kinderkanal.